Und zwar bin ich heute zurück mit einem neuen kleinen The Ordinary Video. Ich habe mir überlegt, ich werde euch heute mal meine persönlichen fünf absoluten Top-Favoriten zeigen. Denn The Ordinary Kunde bin ich jetzt seit circa, ich glaube so zwei Jahren. Und in dieser Zeit haben sich halt einfach für mich einige Favoriten herauskristallisiert. Produkte, die ich nachgekauft habe. Produkte, wo ich persönlich einfach in meiner Haut einen größeren Unterschied sehe als bei manch anderen Produkten. Und diese, es sind fünf an der Zahl, kleinen Serien habe ich euch mal rausgesucht. Es sind nicht nur Serien, es ist auch ein Toner mit dabei. Und dann würde ich sagen, starte ich einfach mal los. Und zwar beginne ich mit dem ersten Produkt. Das ist auch das einzige Produkt für den Morgen. Also das einzige Serum, das ich am Morgen benutze. Und zwar ist das ein Vitamin C Serum. Und da hat The Ordinary ja eine riesengroße Auswahl an verschiedensten Vitamin C Produkten. Von einer geringen Prozentzahl bis ganz hoch 30%iges Vitamin C. Aber ich persönlich habe hier diesen Favoriten für mich entdeckt. Und zwar ist das Escobic Acid. Also wirklich reines Vitamin C, 8% und Alpha Arbutin. Als kleinen Tipp, ganz viele Brightening Serien oder Glow Serien, die es so auf dem Markt gibt, sind oftmals Vitamin C Serien. Aber nicht immer ist auch wirklich reines Vitamin C enthalten. Schaut einfach mal hinten bei der Verpackung auf die Inhaltsstoffe und sucht Escobic Acid. Weil Escobic Acid ist die reine Ascorbinsäure, das reine Vitamin C. Da hat man wirklich die volle Power des Vitamin C. Und ja, das so als kleiner Tipp ansonsten. Aber von den ganzen Vitamin C Produkten, die ich wirklich lange, lange getestet habe, ist das Escobic Acid 8% plus Alpha Arbutin. Wirklich mit Abstand mein persönlicher Favorit. Dieses Serum benutze ich wirklich jeden Morgen als ersten Schritt nach meinem Gesichtswasser und vor der Creme, beziehungsweise vor anderen Serien, die ich nutze. Also wirklich direkt nach der Reinigung, weil ich wirklich diese Vitamin C Power auf meiner Haut haben möchte. Und hier gefällt mir einfach, da zwei absolute Power-Workstoffe kombiniert sind. Wie gesagt, Vitamin C, eben schon gesagt, schützt vor freien Radikalen, vor vorzeitiger Hautalterung. Hat diesen wirklich super typischen Skin-Brightening-Effekt. Deswegen ist Vitamin C in so vielen Glow-Serien enthalten. In Kombination mit Alpha Arbutin. Und da habe ich auch schon mal ganz explizit drüber gesprochen. Alpha Arbutin ist auch ein Brightening-Wirkstoff, der vor allem auch in ganz vielen asiatischen Produkten zu finden ist. Und die beiden in Kombination haben mir wirklich geholfen. Mein Hautbild einfach ein bisschen ebenmäßiger zu machen. Gerade auch bei dem Alpha Arbutin. Das hilft so ein bisschen, Melanin-Überproduktion aufzusprengen. Und wenn man so kleine Pigmentstörungen hat, lässt es das wirklich nach und nach verschwinden. Natürlich nicht innerhalb der ersten Tage, auch nicht innerhalb der ersten Wochen. Das muss man wirklich kontinuierlich benutzen. Aber ich bin begeistert. Man hat einen super strahlenden, frischen Hautton. Die kleinen, dunklen Flecken, die man oftmals hat, wenn man hier und da mal eine Unreinheit hat, verschwinden viel, viel schneller. Und das ganze Hautbild wirkt einfach generell ebenmäßiger. Deswegen Nummer 1. Und dann gehen wir jetzt schon weiter zu den Produkten. Die letzten 4 Produkte, die ich ausschließlich am Abend verwende. Und da kommen wir auch schon so oft drüber gesprochen, zu meinem absoluten Lieblingsgesichtswasser. Und zwar ist das der Glycolic Acid Toner 7%. Hat zum einen einen super tollen Pienten-Effekt. Das heißt, entfernt wirklich die abgestorbenen Hautschüppchen. Hilft dabei, dass die nachfolgenden Produkte wirklich viel, viel tiefer in die Haut einziehen können. Gerade auch super für eine ölige Haut. Denn hat so eine etwas kleinere Molekülgröße. Und das heißt, die Glykolsäure dringt ein bisschen tiefer ein als andere Fruchtsäuren. Und reinigt Poren dadurch auch ein bisschen intensiver von Sebum. Hilft auch Zellerneuerung so ein bisschen anzuregen. Dadurch wirkt die Haut irgendwie so ein bisschen straffer. Ganz leichte Fältchen kann man auch dadurch minimieren, wenn man es regelmäßig anwendet. Und habe ich jetzt schon zum dritten Mal nachgekauft. Wie gesagt, absolutes Star-Produkt für mich. Gehen wir weiter zu dem nächsten Säureprodukt. Ich habe zwei Säureprodukte, die ich absolut liebe. Und zwar ist das, habe ich auch schon ganz, ganz oft gesagt, das Lactic Acid Serum. Den gibt es in zwei verschiedenen Konzentrationen. Ich hatte einmal schon die 5%ige Lactic Acid. Und jetzt habe ich die 10%ige Lactic Acid. Weil es ein relativ sanftes Peeling ist und ich das super gut vertrage. Trotzdem bin ich persönlich Fan davon, dass man immer erst so ein bisschen langsam startet und sich dann hocharbeitet. Gerade was Produkte mit Säuren, Produkte mit Vitamin C etc. betrifft. Und hier haben wir, wie gesagt, das 10%ige Lactic Acid Treatment mit Hyaluronsäure. Also es bindet zudem noch so ein bisschen Feuchtigkeit. Das nehme ich so mittlerweile an zwei bis drei Tagen in der Woche, wenn ich einfach das Gefühl habe, gerade auch weil ich Retinol benutze, kommen wir gleich noch dazu, dass sich die Haut so ein bisschen auch im Nasenbereich schubbt. Wenn ich einfach wirklich sichtbare Hautschüppchen entfernen möchte, dann benutze ich das abends ebenfalls nach der Reinigung vor einem Feuchtigkeitsspendenden Serum. Aber nicht, wenn ich den Toner benutze, einfach aufgrund dessen, da ich nicht mehrere Säuren miteinander kombinieren möchte. Es sind zwei Fruchtsäuren und ich will meine Haut einfach nicht zu überstrapazieren. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, dass ich heute mal ein bisschen mehr Peeling Power brauche, benutze ich zweimal in der Woche die Lactic Acid. Lasse dafür aber den Glykultoner weg und nehme einen super sanften anderen Gesichtstoner, der keine peelenden Eigenschaften hat. Und das war Nummer drei. Kommen wir jetzt zum nächsten Produkt, das ich leider euch nur noch leer zeigen kann. War jetzt auch lange Zeit immer ausverkauft, deswegen muss ich warten, bis es endlich wieder verfügbar ist. Und zwar ist es Nice Cinemite 10% plus Zink. 1% für mich auch mit Abstand eines meiner absoluten Highlights bei The Ordinary für mich. Also ich kann immer nur für mich sprechen. Ich fühle die Veränderung der Nice Cinemite 10% erwiesener Wirkstoff, um Poren zu minimieren. Ich habe ja eine ölige Haut. Dadurch sind auch hier so im Nasenbereich und hier am Wangenbereich die Poren leicht vergröbert. Und zudem reguliert es auch die Teigproduktion extremst. Und das ist halt, was ich merke, gerade jetzt auch in den wärmeren Monaten, wo ich sowieso viel, viel schneller anfange zu glänzen. Da hilft mir das Nice Cinemite ohne Frage. Zudem durch das Zink wirkt es auch nach Entzündungshemmend. Das heißt, auch perfekt, wenn man Unreinheiten hat und kann auch Feuchtigkeit in der Haut halten. Das heißt, wenn man es benutzt, tut es zwar die Teigproduktion in der Haut regulieren, trotzdem versorgt es die Haut mit genug Feuchtigkeit, dass die Haut nicht denkt, oh, es fehlt Feuchtigkeit, ich muss noch mehr Sebum nachproduzieren. Es ist überhaupt nicht scharf, es ist sehr, sehr sanft. Und ja, Haut wirkt auch ebenmäßiger, Poren wirken kleiner, hält die Feuchtigkeit, es wirkt Entzündungshemmend. Also für mich wirklich eins mit der größten Highlights in einem Produkt, das ich immer, immer, immer wieder nachkaufen werde. Dieses Nice Cinemite benutze ich immer abends und meistens in Kombination mit dem letzten Produkt, Lieblingsprodukt von mir. Und zwar ist es das Grand Active Retinoids 2% Emulsion, also diese Emulsion kein Öl, weil das Nice Cinemite und das Retinol. Auch so ein super Power-Paket wie Vitamin C und Alpha-Abutin. Und Retinol benutze ich zweimal in der Woche nicht zu viel, weil da merke ich, es ist wirklich der einzige Aktivstoff, wo meine Haut doch relativ schnell reagiert, das heißt mit trockenen Stellen, gerade auch um die Nase, um den Mund. Aber es ist wirklich eins der erwiesensten Wirkstoffe gegen Hautalterung, gegen Linien und Fältchen, um Hauttextur glatter erscheinen zu lassen, Haut straffer erscheinen zu lassen. Ich liebe die milchige Textur, sie zieht super schnell ein und die Haut fühlt sich am nächsten Morgen wirklich super babyweich an. Das ist für mich wirklich eins der besten Produkte, um auch schon präventiv gegen Faltenbildung zu arbeiten, vorbeugend. Und das war jetzt auch schon so der super, super schnelle Überblick über meine fünf absoluten Lieblingsprodukte von The Ordinary. Ansonsten findet ihr mich natürlich auch bei Instagram. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir auch dort folgt. Und dann bis hoffentlich zum nächsten Video und bis dann! Und dann bis dann!